Was sind die Vorteile von EMV? Ich habe es im letzten Video erläutert, will es nur hier ganz kurz nochmal wiederholen. Ein Europay Mastercard Visa, das ist also, wie soll man sagen, ein Kartenzahlungssystem, das mit einem eigenen Mikrochip arbeitet, den man an Geldautomaten und sogenannten POS Terminals, also Point of Sale Terminals, Kasse am Supermarkt, verwenden kann und das habe ich im letzten Video erklärt und jetzt geht es um die Vorteile. Die Vorteile sind einmal, also wie gesagt, der zentrale Gedanke ist hier ein bestimmter Mikrochip und dieser Mikrochip ist relativ sicher, relativ sicher gegenüber Manipulationen, Klammer auf, bis einer das Ding dann doch knackt, also man weiß das nie. Ich kann das hier nur nachplappern. Ich kann das selber nicht beurteilen, ob dieser Mikrochip relativ sicher ist, genau wie das kein Journalist beurteilen kann oder sonst irgendjemand, der es nicht selber gebaut hat oder sich ganz genau damit auskennt. Aber ich plappere das hier mal nach, der Chip gilt als relativ sicher. Dann immer ist eine PIN erforderlich. Die muss man auch erstmal haben, wenn es um Missbrauch geht, muss der Missbraucher die PIN erstmal haben. Dann Überprüfung der Karte auf Echtheit ohne Online-Verbindung. Ja, Sie kennen das. Manchmal bricht die Verbindung ab, passiert auch großen Unternehmen, es sind sogar manchmal Internetseiten nicht erreichbar, also das Ganze ist ein bisschen wackelig und wie es ja immer so ist, wenn man gerade die Online-Verbindung dringend braucht, dann ist sie nicht da. Ja, und so kann man die Gültigkeit der Karte auch ohne Online-Verbindung überprüfen und Zusatzfunktionen sind hier möglich. Ja, man kann diesen Chip sozusagen weiter ausbauen und man könnte dann diese Karte auch so gestalten, dass sie bestimmte Zugangsberechtigung ermöglicht zu bestimmten Firmenräumen. Ja, so kann man das, das kann man machen mithilfe dieses Chips. Auch das plapper ich nur nach, ja, ich habe das Ding selber nicht gebaut, aber das ist das, was hier gesagt wird über diesen Chip. Also, man kann den Chip mit bestimmten Zusatzfunktionen ausstatten, wie zum Beispiel Zugangsberechtigung zu bestimmten Räumen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.